Ich spiele nicht nur Saxophon, sondern auch Klarinette und da können Sie einige Stücke von mir erwarten, zum Beispiel, vielleicht erkennen Sie es, Ptiflö oder vielleicht dieses hier, also auf der Klarinette können Sie auch einiges erwarten, was habe ich denn noch, naja vielleicht dieses hier, das ist erkannt, Mackie Messer und zum Abschluss noch den Klarinettenmuckel, aber auf Swing. Das wäre es gewesen, schauen Sie sich jetzt die Videos an, ich wünsche Ihnen viel Spaß, würde mich freuen und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Ich sage Tschüss, Servus und bis bald, ciao! Musik 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 à Musik whats p Vielen Dank.